Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist die DoubleCD und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Ware und heute sitze ich alleine hier in meinem immer noch nicht vollständigen fertigen Setup. Ich hab aber allerdings jetzt in Minecraft das so umgestellt, dass jetzt der Gamma-Wert hochgestellt wurde. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen sehen, also Gamma 3 ist glaube ich erlaubt und das heißt, ich muss jetzt nicht mal nachträglich im Video-Editing das Ganze hochschrauben. Dementsprechend gehe ich jetzt schon mal auf den Server, Leute. Ich hab versucht mich hier bestmöglich einzurichten und ja, eigentlich hab ich nur das gemacht. Also ich hab eigentlich nur den Gamma-Wert hochgeschraubt. Ansonsten ist es immer noch das gleiche hier, Leute, aber ich hab Gutes zu verkünden, Leute. Es wird gekämpft. Es wird nicht diese Folge gekämpft. Das leider noch nicht, aber es wird nächste Folge gekämpft. Ich verrate noch nicht den Namen und wie ihr sehen könnt, ist auch der Tenendo nicht mit am Start, Leute. Das liegt daran, dass der irgendwie, ich weiß auch nicht, sein Auto wurde irgendwie abgeschleppt oder was. Irgendwie so ein großes Drama. Keine Ahnung, Leute. Aber wir müssen uns jetzt diese Folge kurz alleine durchkämpfen. Mein Partner, also derjenige, Partner ist der falsche Begriff, mein Feind sozusagen, der gegen mich kämpfen möchte, der hat gesagt, er hätte gerne noch eine Folge Zeit. Der ist wohl irgendwie ein bisschen abseits und so weiter und braucht halt einfach noch die Zeit, um irgendwie dahin zu kommen, wo wir dann letztendlich kämpfen wollen. Und dann hab ich mir gedacht, okay, dann nimm du dir die Zeit. Ich muss dann allerdings auch noch eine Folge aufnehmen, denn über die Weihnachtstage muss ich auch Gas geben, Leute. Ich bin natürlich auch Weihnachten bei meiner Familie, wie man das halt so macht und dementsprechend muss ich hier ein bisschen Gas geben. Aber Tenendo wird dann nächste Folge wahrscheinlich in dem Feind wieder mit am Start sein. Dann ist wieder alles gut, Leute. Und das wird jetzt die große glückssuchende Folge, sag ich mal. Wir suchen uns das Glück da ganz unten, denn eigentlich, keine Ahnung, wir sind so equipped, dass wir sowieso nicht mehr durchblicken. Ich weiß, viele von euch haben wahrscheinlich jetzt rumgemotzt die letzten Folgen. Die sind noch nicht online, die letzten zwei Folgen, die ich jetzt hier schon aufgenommen habe an dem PC. Und, ähm, das heißt, ich muss... Oh, ich bin schon wieder ganz unten. Hab ich schon wieder nicht auf die Koordinaten geachtet. Äh, das heißt, ich muss, ähm, gleich nach dieser Folge hier meine Folge on stellen, damit ich dann sozusagen überhaupt die nächste dann wieder aufnehmen kann. Darf ich nicht vergessen, ansonsten gibt's wieder einen Strike, Leute. Äh, das wollen wir natürlich nicht. Das Problem hatten wir ja schon einmal. So, jetzt geh ich mal gerade auf die passende Höhe. Und dann versuchen wir jetzt einfach Hardcore Stripmines. Zum Glück haben wir ja noch eine Effizienz verzauberte Spitzhacke, Leute. Und wenn wir ein Dia finden, dann haben wir so hohe, eine so hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal irgendwie was Schärfemäßiges machen können. Was natürlich sausaugeil wäre, wenn wir dann unser verzaubertes Dia-Schwert hatten. Viele von euch, oder haben, äh, viele... Boah, meine Maus ist eigentlich zu schnell eingestellt, glaube ich, für den Kampf. Vielleicht soll ich da nochmal dran schrauben. Oder ich gewöhne mich jetzt diese Folge da dran. Und wenn ich da nachher wieder um... Oh Gott. Äh, wenn ich das da nachher wieder umstelle, dann bin ich schon wieder verwirrt. Deswegen lass ich's mal lieber so. Wir haben auf jeden Fall Lava hier am Start. Scheint sogar eine kleine Höhle zu sein. Ist ja nicht immer unbedingt das Schlechteste, was man unten finden kann. Scheint auch nicht so, als wäre hier jetzt schon mal jemand gewesen. Das wär natürlich ein absolutes Träumchen, Leute. Da vorne könnte man sich in Form von Redstone... Oh, ich dachte gerade, da wär eine Fackel gewesen. Könnte man sich noch ein paar Level holen? Aber ganz ehrlich, was wollen wir noch mit den ganzen Leveln, ne? Wahrscheinlich verzaubern, wenn wir dann die Dia's haben. Ja, okay, so falsch ist es wahrscheinlich dann doch gar nicht. Dann holen wir uns hier von ein paar. Ich kann auf jeden Fall jetzt, äh, weil der Tenendo nicht dabei ist und so... Nein! Alter, ist das geil! Also man muss schon sagen, es ist wirklich teilweise mehr Glück als Verstand. Also das ist ja wirklich absurd, Leute. Alter, GG an der Stelle. Es ist so krank. Wie viele sind's denn jetzt? Sag mir nicht, dass ich da noch mehr von verzaubern kann. Warte mal, das sind doch... Jetzt wär... Jetzt sind schon zwei Dia-Schwerter, oder? Lieg ich da falsch? Ich hab mal wieder keine Ahnung. Wir gucken direkt mal nach, Leute. Das ist natürlich absolut Premium. Ich wollte mit euch in eine... Alter, als ob! Eine gemütliche Chillerrunde machen und ein bisschen erzählen. Ja, genau! Ist das krass. Ist das krass. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also mit Dia's hatten wir echt viel Glück, Alter. Alter, ist ja richtig krass. Sechs Dia's am Start. Jetzt sag mir aber nicht, dass hier vorne noch irgendwo noch mehr sind oder so. Ähm, die könnt ihr sowieso wahrscheinlich alle gar nicht mehr verwerten. Ich würde eigentlich eine gemütliche Laberrunde machen, weil ich dachte, okay, wir suchen jetzt wahrscheinlich Jahre nach Dia's. Aber dann geht's auf einmal direkt hier voran, Leute. Aber können wir natürlich trotzdem machen, ne? Wir nehmen das jetzt mal als Selbstverständlichkeit einfach hin. Ja, wir haben Dia's gefunden. Natürlich haben wir das. Warum auch nicht? Das heißt, wir können uns jetzt... Oh Gott, das ist natürlich jetzt immer noch die Frage, ob wir dann auch noch das Glück haben. Und dann nächste Folge ein geiles Schärfeschwert. Boah, man merkt auf jeden Fall so krass, wie... Mit Schärfe geiles Schärfschwert, man, ich glaub ich, Schärfe vier, oder? Man merkt auf jeden Fall so krass, dass es mit diesem Rechner hier so krass viel smoother noch läuft. Also ich dachte irgendwie, ähm, mit meinem alten wäre das schon krass. Aber anscheinend macht's echt immer einen Unterschied. Ähm, die streiten sich ja immer so ein bisschen die Geister, ob jetzt, äh, ob man noch über 100, ähm, oder über 60 FPS, dass das Auge noch wahrnehmen kann. Früher wurde ja sowieso gesagt, über 30 FPS kann das Auge nicht wahrnehmen und so. Bis man dann gemerkt hat, ja, sieht aber schon deutlich schneller aus dafür, dass man es nicht wahrnehmen kann. Und so behaupten das ja auch viele bei 120 FPS, ähm, dass man da durchaus auch noch mehr, ähm, das, das noch sieht. Und ich kann's mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Also ich hab jetzt hier, äh, gerade einen 60 Hertz Monitor, äh, auf 4K. Deswegen kann ich mir vorstellen, bei 60 Hertz sieht man dann wieder 120 FPS gar nicht. Keine Ahnung. Ähm, aber damit wäre die Theorie eigentlich wieder komplett widerlegt. Eigentlich ein kompletter Schwachsinn. Aber, naja, warte mal, kriegen wir eigentlich durch Lab ist auch Level? Ja, stimmt, ja, dann nehmen wir uns das alle mal mit. So, und dann gucken wir direkt mal, was wir daraus zaubern können, Leute. Dann gucken wir uns direkt mal an, was wir da zaubern können. Hier haben wir noch ein bisschen Redstone auf jeden Fall. Perfekt. Das ist auf jeden Fall eine fette Lava-Fläche. Hier direkt mal Erde hinsetzen. Perfekt. Perfekt. So, dann geben wir uns hier noch kurz die Kohle und dann checken wir das direkt mal ab. Also, Leute. Wenn ich alleine bin, ähm, dann bin ich auch gefühlt ein bisschen konzentrierter zumindest. Was das Craften betrifft. Ähm, so, wir haben jetzt hier den Amboss. Jetzt, wo ich das ausspreche, wird es wahrscheinlich eh eine Katastrophe. Ich setze das auch mal direkt hin. Und jetzt haben wir hier unser Schärfeschwert. Und hier unser Schärfedreischwert. So, das ist jetzt die Frage. Wenn wir uns jetzt noch ein Diaschwert craften, wie können wir das verzaubern? Das ist jetzt die große Frage. Und, wir haben Schärfe. Ich mache das teurere Schärfe. Ist mir egal. Okay. Ähm, ich dachte, ich kriege dann vielleicht noch mal Verbrennung drauf oder so. Deswegen habe ich es gemacht. Okay, das heißt, wir haben jetzt zwei Schärfe Einschwerter. Das ist schon mal nice. Das heißt, wir können die in den Amboss packen. Neun Erfahrungen. Drei Erfahrungen. Und haben jetzt hier ein Schärfe Zwei-Schwert mit der Verbrennung drauf. Und jetzt könnten wir uns eigentlich, wenn alles gut läuft, noch krassere Schärfeschwerter machen, ne? Das wäre natürlich jetzt so krass ein Traum. Wir gucken mal, was bei rumkommen würde. Bitte Schärfe, bitte Schärfe. Okay, wir haben Schärfe. Huh, ich bin gerade ein bisschen nervös. Das ist echt krass gerade, was wir hier craften. So, Nether Watson haben wir übelst viele. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Schärfe Einschwert. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Oh Gott, jetzt muss es, jetzt muss es noch ein Schärfeschwert werden. Ansonsten hat uns das alles nicht so viel gebracht. Oh Gott, ich bin gerade übel aufgeregt. Ich bin gerade übel aufgeregt. Schärfe. Schärfe. Es kommt echt Schärfe raus. Hui, Alter, mein Puls geht gerade. Ich weiß gar nicht, warum, aber mein Puls geht gerade richtig hoch, Alter. Okay, Schärfe Eins, Schärfe Eins. Hier ist unser Schärfe Zwei. Das heißt, wir packen das zusammen. Kostet wahrscheinlich immer Zwei. Und jetzt können wir die noch zusammen. Kostet 13. Kostet sieben. Und das müssten wir aber dann ja auch noch kombinieren. Okay, 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 okay. Okay, wir müssen richtig im Vollmarsch jetzt hier, oh Gott, bloß nicht wegwerfen. Wir müssen jetzt im vollen Betrieb hier, volle Möhre, müssen jetzt Level farmen. Oh Gott, 13 Level, schaffen wir das? Oh Gott, ich weiß nicht. Das wird echt krass. Das wird nochmal eine krasse Herausforderung. Amboss haben wir. Workbench können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Wobei die ganzen Blöcke würde ich noch lieber mitnehmen eigentlich als die Netherwarzen. Ah, war bei, ah, warte mal, haben wir nicht noch irgendwas Unnötiges? Wir haben doch bestimmt hier, guck mal, Netherziegel braucht doch kein Mensch. So, komm, hier, pack mal raus. Okay, 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 Leute. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt Vollgas zu geben, 13 Level. Oder sollen wir noch schnell, ist es schneller jetzt ins Nether zu gehen? Ich habe Angst, wenn wir ins Nether gehen, dass wir da, dass wir da der nächste Folge abgefrüchtigt werden, dass die Leute direkt damit rechnen. Wobei uns ist keiner hinterher gejoint. Es ist Weihnachten, also eigentlich sollte das klar gehen. 13 Level, oh fuck, Leute, oh fuck, Leute, wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber nicht viel. Eigentlich nicht genug Zeit, um 13 Level zu farmen. Glaube ich nicht. Oh, das wäre traurig. Das wäre traurig, Leute. Oh fuck. Ah, oder doch besser hochbauen und ins Nether noch schnell. 13 Level? Oh, nee, das schaffen wir nicht. Vielleicht kann ich Anfang nächster Folge. Boah, vielleicht kriegen wir das so ganz knapp hin. Anfang nächster Folge wäre natürlich noch mega geil. Also, ich wollte eigentlich gar nicht noch eine Folge aufnehmen. Ich habe gesagt, wir können die gerne sofort aufnehmen. Und dann hat mein Gegner gesagt, nee, nee, ich bin so weit weg und so weiter. Der war wohl irgendwie auch am Rand von der Border oder irgendwie sowas. Ich schaffe das sonst nicht. Er möchte auf jeden Fall noch eine Folge haben. Hier hat auf jeden Fall schon mal einer gefarmt. Das ist geil. Ach, das bin ich gewesen. Nee, das bin ich nicht gewesen. Doch, das bin ich wohl gewesen. Wir sind wieder bei uns angekommen. Oh mein Gott. Ich dachte gerade, ich hätte schon so eine komplette Farmstation hier am Start gehabt. Weil dann hätten wir natürlich schön das, was die Leute da nicht abgebaut haben, absnacken können. Das wäre natürlich gar nicht so übel gewesen. Egal, hier haben wir auf jeden Fall schon mal, hier haben wir schon mal Redstone. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr geil. So, ich hoffe, uns geht hier nichts flöten. So, dann machen wir hier direkt weiter. Gehen wir hier wieder hoch. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen hier, aber brauchen wir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ähm, deswegen fange ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht groß an zu strippen. Mein... Hier ist echt einer schon gewesen. Okay, vielleicht war das doch eben nicht unser eigenes. Okay, da ist ein Skelett. Weg, 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 weg. Okay, das ist geil. Vielleicht waren es wir sogar selber. Nee, glaube ich nicht, oder? Gold, Gold, Gold. Gibt gar keine Level, sehe ich gerade. Äh... Die packe ich weg. Alter, was denn mit dir? Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Äh, vielleicht sollte ich lieber mit dem Eisenschwert, äh, schlagen, oder? Dann gibt das... Äh, dann ist das vielleicht das... Ist das verzaubernd teurer, wenn man nur noch weniger Level hat? Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, okay, dann gehen wir mal weiter in die Richtung. Vielleicht hat hier einer irgendwas noch übersehen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal wieder Redstone. Oh, das sieht gut aus. Oh Gott, ich muss echt schlucken gerade, Leute. Ich wollte euch eigentlich ein bisschen was erzählen über meinen Rechner und so weiter. Ähm, und über die Umstellung einfach, wie es ist, wenn der Bildschirm weiter weg ist und weiß nicht was. Aber ich will euch da ja auch gar nicht die Ohren volljammern. Was heißt volljammern? Das ist ja kein Jammern. Das ist einfach eine Umstellung. Ihr kennt das. Ich wollte euch nur noch mal jetzt schon mal vorab sagen, dass ich das, äh, natürlich eben nicht euch jetzt irgendwie die ganze Zeit da die Ohren mit volljammern will und das als Ausrede nehmen will. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Äh, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Hä? Hier waren wir doch gerade, oder nicht? Ach, das war wieder das Stück. Okay, das heißt, es war echt noch eine andere Action hier. Okay, dann gehen wir den mal weiter in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo wieder ein bisschen was mehr finden. Dass wir hier das mehr finden vielleicht. Boah, ich bin gerade übel aufgeregt. Wir sind so knapp dran an den 13 Leveln. Und die Folge geht aber auch nicht mehr lang jetzt. Okay, hier haben wir noch einen am Start. Warte mal, es waren doch gar nicht 13. Es waren doch 7, fällt mir gerade auf. Es waren doch 7, oder? Oh Gott, warte, wir stellen es hinten direkt. Äh, Amboss. Waren es nicht 7 Level? Okay, aber wir brauchen ja noch mehr. Fuck. Hier viel brauchen wir? 14? 22. Okay, wir brauchen noch 14. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die Aufregung steigt. Oh, das wäre so nice, Leute. Das wäre so nice. Oh Gott. Puh. 14 Level. Kriegen wir das hin? Puh. Ich bin übel aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Klar, wir werden gleich kämpfen, aber... Aber ist das gerechtfertigt, jetzt... Oh, noch dieses Schwert rauszuhauen? Ist das so wichtig? Ich weiß es nicht. Doch, es wäre schon geil. Wir hätten die Verbrennung und wenn ich das jetzt... Ich würde es jetzt nicht übers Herz bringen, das jetzt einfach trotzdem zusammenzupacken. Das werde ich ja nicht übers Herz bringen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wir müssen das... Im allergrößten Notfall müssen wir die nächste Folge... Wir sind ja direkt in der Mitte. Müssen wir das noch einen ganz kleinen Ticken rauszögern. Wir dürfen sowieso nicht in der Mitte kämpfen. Ähm, da rechnen, wie gesagt, glaube ich, richtig viele mit, Leute. Wieso kriege ich gerade die ganze Zeit kein Level? Wieso habe ich so wenig Level bekommen? Okay. Vier. Was habe ich gesagt? 13. Ich lasse mal alles hier stehen einfach. Ach so, der Ingame-Sound ist gerade übel leise, glaube ich. Oh Gott. Hoffentlich finde ich den Weg zurück. Oh, hier ist ja gerade gar nichts. Fuck. Oh, hier ist wieder was. Hä? Jetzt sag mir nicht, ich bin wieder zurück. Holly und Isen sind am Start, okay. Ist ja irgendwas krasses. Nee. Aber hier war ich noch nicht, oder? Oh, hier ist Redstone. Oh Gott, ich darf den Weg auf gar keinen Fall verpassen. Warte mal, ist das nicht der Ort hier, wo ich damals die Dias gefunden habe? Ich bin mir gerade unsicher. Sieht ein bisschen so aus. Oh Gott, oh Gott, bloß nicht den Weg jetzt verpassen hier. Wo sind wir hergekommen? Oh nee, oh nee, oh nee. Das war irgendwo hier. Okay, hier. Hier, glaube ich. Dann hier durch. Nein, jetzt sind wir wieder da. Oh fuck, jetzt sind wir wieder da, wo wir, wo wir anfangs waren, glaube ich. Oh nein, oh nein, oh nein, nein. Ich fange gerade an, mich zu verlaufen. Nein, nein, nein. Kein Bock. Kein Bock. So, warte mal. Hier sind wir rausgekommen. Ich muss ja da rausgekommen sein. Hier oben ist ja kein Gang, oder? Ist er da? Hier vielleicht? Hier bin ich rausgekommen. Okay, okay. Okay, okay. Huh. Oh, komm, bitte, bitte. Wir müssen die Level noch bekommen. Nein, Alter. Komm, lass mich hochsenken. Guck mal, allein das klappt schon gar nicht richtig hier. Okay, okay, okay. Hier bin ich nicht hergekommen. Sondern wahrscheinlich da oben her. Okay, 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 Leute. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Nächste Folge wird gefightet, Leute. Nächste Folge könnte das Ende sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Man sagt, alle guten Dinge sind drei, Leute. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wo ist mein Schärfeschwert? Nein. Nein. Ich habe mein Schärfeschwert irgendwo weggeworfen. Ne, Quatsch, das sind die zwei. Ich bin so verwirrt, ich bin so verwirrt. Okay, okay. Ich bin einfach zu verwirrt, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wer merkt es schon, Alter? Mir geht es, bei mir geht es gerade richtig rund. Creeper gibt natürlich auch Level. Oh, vor allen Dingen, wenn man ihn explodieren lässt, anstatt ihn zu töten und mit dem Knochen draufhaut. Perfekt. Ich glaube, ich glaube, ich muss einfach hier durchhauen. Ich muss einfach hier durchhauen. Ich habe sonst zu viel Angst einfach, dass ich es verpeile, wo ich hergekommen bin oder so. Scheiße. Scheiße, ich werde gleich gekickt. Scheiße, das gibt es doch nicht. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Alter, das kann doch nicht sein, bitte. Irgendwie eine krasse Redstone-Action hier. Scheiße, Wasser sogar noch. Nein, hau ab, Wasser. Fuck, Leute. Wir werden in der nächsten Folge gekickt. Macht euch keine Sorgen. Wir werden in dieser Folge gekickt. Macht euch keine Sorgen um meinen Zaubertisch und so weiter. Wir werden ziemlich direkt im Anschluss aufnehmen. Das wird jetzt keiner mehr finden. Aber, ja. Es ist natürlich jetzt keine, es sind keine 13 Level. Und nächste Folge wird aber, wie gesagt, auch Tenendo noch mit dabei sein. Es sind keine 13 Level. Vielleicht können wir das noch ein ganz kleines bisschen rauszögern. Wir sind so knapp davor, dieses krasse Schwer zu haben. Oh mein Gott, Leute. Das wäre so krass, wenn nicht... Drückt mir jetzt schon mal die Daumen. Das war's für heute. Take this is, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Nächste Folge, wie gesagt, wieder mit Tenendo. Dann kommt der große Kampf, Leute. Gegen wen werdet ihr dann erfahren. Wie wir das jetzt noch genau machen werden mit den Leveln. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man noch schnell machen kann. Vielleicht kriegen wir es noch auf den Weg hin. Ich glaube es aber tatsächlich nicht. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Das werde ich dann nächste Folge mit Marcel regeln, Leute. Das war's für heute. Morgen der große Fight. Take this is, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Schöne Weihnachtstage euch noch. Bis dann, macht's gut. Und tschüss. Das war's für heute.